Der kleine Prinz Louis Alle zwei Monaten weiß der Mini-Royal offensichtlich schon jetzt, wie man Herzen zum Schmelzen bringt und alle bezaubert. Eine Woche nach der Taufe veröffentlichte der Kensington Palast vier süße Taufbilder, die das Volk begeisterten. Zur Überraschung aller wurde auf dem Instagram-Illton des Palastes dann noch ein weiteres fünftes Bild als royaler Bonus veröffentlicht, das das große Finale bildete, darauf zu sehen Herzogin Katharina die mit ihrem jüngsten Spross zu sehen ist. Klein Louis scheint auf dem Foto bester Stimmung zu sein und lacht regelrecht. Auch Mama Katha sieht strahlend schön aus. Doch banal wären wir nicht in den Genuss dieses bezaubernden Anblicks gekommen. Laut Delimel war dieses Bild nämlich zunächst gar nicht für die Öffentlichkeit, sondern nur für die royalen Augen, bestimmt. Doch laut Insiedern soll der Familie der Schnappschuss so gut gefallen haben, dass man sich doch dazu entschied, ihn mit der Welt zu teilen. Zum Glück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017